Günther, komm her, wir gehen Gassi! Oh, wartest du schon lange? Ja! Ach so! Günther, schau mal dort oben! Ein Fallschirmspringer! Ah! Ja, Günther, was hast du da denn gefunden? Ist das etwa eine Wunderlampe? Man sagt, wenn man an einer leckt, kommt ein Flaschengeist heraus! Oh mein Gott! Es ist also wirklich wahr! Hab ich... Hab ich nun drei Wünsche frei? Ich heiße Marvin! Oh, ehrwürdiger Marvin! Gewährst du mir nun meine Wünsche? Ich heiße Marvin! Ja, das hast du schon gesagt! Ich heiße Marvin! Bekomme ich jetzt meine Wünsche oder nicht? Ich heiße Marvin! Du nervst mich langsam ein bisschen! Ich heiße Marvin! Wehe, du sagst das noch einmal! Ich heiße Marvin! Du kannst mich mal am... Ich heiße Marvin! Wir April Lampe, ich heiße Marvin! Wir kommen an ihm jetzt um! Wir kommen an ihm zur insinutung! Wir kommen an ihm! Wir kommen an ihm, oder nicht? Wir kommen an ihm jetzt um! Wir kommen an ihm! Wenn du zum Sektor hin wirst! Ich habe ihn nicht schön kilometers Emile! Vielen Dank.